und die serie ist gebrochen zum allerersten mal bereich sichern diese neuen operation und damit halt unterseits und willkommen zurück bei rainbow 6 siege gucken ob die bei bereich sichern auch neue räume hinzugefügt haben so wie bei bombe er nimmt schon rekrut darf ich dir nicht mehr nehmen in besenkammer auf dem dachboden was waffel also erstes geschoss ist sauber oben ganz oben hier im klavierzimmer ganz oben man da ist keine kamera mehr jackal hat was die lüftungsanlage haben sie erhöht kann man sich gar nicht mehr drauf stellen was sind besenkammer auf dem dachboden was das jetzt namen sind das voll die namen draußen bei der bäckerei war er draußen wo ist der andere ok ich guck mal nach unten also da kommt finca an den bio gefahrgut behälter sichern ein gegner vertreibst und hoffentlich dass die vier hier schon aus wo ist der ich glaube er ist tot jetzt sind wir auch oben bei der zigaretten beim klavierzimmer warum hast du auf jäger geschossen ich habe ihm eine strullkugel in den bauch geschossen ich hatte sich mobilen schlitt herumgewickelt ja keine ahnung wo er mich erschossen hat er noch volle lebensenergie gehabt ich der jäger war der letzte kill ja ich weiß das ist der der mich umgebracht hat aber wo ich ihn angeschossen habe hat er noch volle energie gehabt oder die stadt sich hier und habe absichert im nächsten moment wo er hat einen genel rückgeschossen und war tot wobei ich ihn eigentlich getötet haben müsse hm komisch ich glaube obisofts oh die musik ist laut kann man die ausmachen jawoll die kann man ausschießen geil das ist auch eine coole erneuerung zweite dachluke und musik ausmachen 5 Sekunden weiß was ein ungewohnt ungewohnt dieses gefühl ist die drohne der gegner hat den biogefahrgutbehälter lokalisiert die haben twitch hier sind schon kameras kaputt weg lass es was was denn nimm das c4 weg hier am fenster im gelben ping hier am fenster ist auch offen hier am fenster ist offen fjus haben sie der macht rabatts in den zigarettenladen durch die luke oder ja so wie es aussieht der raffiner ja bitte fuck ich hab kein c4 mehr äh ne auch nicht unter uns schieben sie auf wer ist jack der dödel hier im gelben pink seraphina vorsicht achso du bist im nebenraum ok letzter verbleibender gegner dann checkt den jetzt wohl ein schuss gerade munition nach errichte eine barrikade barrikade errichtet treppe vor treppe hopp 30 bei mir am fenster gelber ping da ist auch ne kap kamina schießt durch guck ich würde jetzt nicht hingucken oder doch dods vom kopf an die wand du 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 hast denn das gemacht ja blindes wut findet auch mal ein korn und die linke maustaste hat seine pudding zwischen den nasenlöchern ich habe auch gefühle mit Einmal ist das wieder lustig. Was guckst du denn nebenbei Gronkh oder was? Guckst du Gronkh nebenbei oder wie? Nein, ich gucke gemischte Sackhörig mir an. Aber Gronkh ist doch gar nicht online. Wir haben Mute-Störsender an. Ist da unten, ja, Küche. Da ist ein Rekrut, so ein Böser. Das ist bestimmt Jack. Die haben Jack im Gegenteam. Der Rekrut ist nur an der Treppe. Gehst du jetzt mit mir? Der Rekrut ist unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Die Welt 2.11. Bist du sicher angesprochen? Na ja. Vorsicht, ein Rekrut haben sie. Das könnte bedeuten, die rennen aus. Aktiviere Adrenalin-Schub. Streu-Sprengsatz einsatzbereit. Spültergranate eingesetzt. Der Buck ist ja gar nicht auf dem Dachboden. Cheater. Hinter dir. Ah ne, der ist auf dem Dach. Auf dem Dach ist gleich tot. Was? Machst du nur auf dem Dach? Die sind in der Krise? Ähm. Zweite oder zweite? Legt jetzt die Tür ein. Einschlagen, 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 einschlagen. Ich cache meinen am gelben Ping. Nächster Raum links. Links, 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 rein. Geradeaus, geradeaus. Lauf, lauf, lauf. Jetzt gehst du in den nächsten Raum rein. Rechts von dir. Ja, in den. Gehen. Jetzt, jetzt führst du durch den Boden. Durch den Boden fusing. Durch den Boden fusing. Knall, knall, knall. Nächster setzen. Noch ein setzen. Los. Zieh einen hinterher. Hm. Scheiße. Bei mir ist jemand. Komm, anker dich. Jetzt geht das wieder nicht. In der Bäckerei. Jetzt rein, spring. Eigener Druck neutralisiert. Okay. Das sind ja tolle Tipps. Bei einem habe ich wenigstens mit der Fuse-Ladung gekriegt, also von dem her. Ja. Du musst die Fuse-Ladung schneller hintereinander setzen. Alles klar. Ja gut, so oft spiele ich denn halt auch nicht. Auch nicht. Das muss wie so ein MG gehen. Die eine Ladung muss explodieren, während die andere schon reinschießt. Alles klar. Fürs nächste Mal merke ich es mir. Oh ja. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahr-Wut-Behälter schützen. Oh ja. Halt gelegt. Ganz sicher! Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahr-Wut-Behälter organisiert. Kacke. Ach ja, kann man gar nicht mehr verstärken. Achso, ich habe Jäger zuletzt. Umsonst. Der Dummheit beschuldigt. Gut. Dann hatten wir jetzt viel zu viele Wände übrig. Mh, ist die Luke schon zu? Kein Schaf gemacht. Klemmer Auge behalten. Ach, hier ist keine Luke mehr. Oh. Die geht in den Absteuerraum. Nock ist bei mir. Nock hat mich. Gelber Ping ist die. Sie ist fast tot. In der Küche ist, glaube ich, jemand. EMP-Mann haben sie. Wer geht weiter vor? Okay. In der Besenkammer, in der Besenkammer. EMP fliegt. Mit dem Esszimmer ist jetzt EMP-Mann-Konfort. Drain. Drei deutsche Drain. Das sind ja coole Lichter. In der Besenkammer. Ups. Ist einer. Du hast, du hast eine Trap. Achtung, kommt durch die Tür. Ach, die Tür vor dir. Ort. Hammermann zur anderen Tür unterwegs. Hammermann andere Türen, Seraphina. Nur noch ein Gegner übrig. Es tut. Super. Oh mein Gott. Alle Gegner eliminiert. Ich bin nur noch erstbar. Du hast schon verkehrt gemacht. Ja, kurz vor allem bei Schnee. Und damit steht es jetzt 1 zu 1 in Sachen gewonnene Partien auf der neuen Kaffeekarte. Und ich finde 2 Sachen bei der neuen Karte gut. 2 Luken. Und man kann die Musik im Klavierzimmer, also das Ding heißt ja Zigaretten-Lounge. Auf jeden Fall kann man da auch die Musik ausmachen. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss tschüss.